Dann lass ich den Arzt dann schon meinen Hoden mal durchkneten und meinen Wunterschall machen und dann, weiß nicht. Hat er auch schon einen Hoden, das finde ich witzig. Ja, deswegen gehe ich da auch lieber hin. Anstatt mir zu sagen, das ist nichts und dann in zwei Jahren hat er den Salat, fällt er ihm ein Ei ab. Ist das nicht doppelt so groß und dann habe ich Metastasen oder sowas und dann bin ich am Arsch. Ja, das ist ja richtig durchgelesen. Ja, das ist, ich habe mich ein bisschen formiert. Ein bisschen, du hast dann komplette Nachdenkugel. Richtig Schweißpärer auf der Stelle. Gestern liebste schon zum Notarzt gefahren. Ja, das Internet sagt eh bei allem, was man erhebt. Was ist das denn für ein Spaß? Erstmal reingucken. Mal gucken, guck mal beim guten Hunter rein, was er für einen tollen Stream hat. Jetzt lacht er. War ich verkerkt oder warum ist meiner weiß? Meiner ist auch weiß. Das glaube ich, wenn man selber den schreibt. Warum ist meiner weiß? Wenn er weiß ist, sollst du wirklich zum Arzt gehen, Kutscher. Hä? Achso. Jetzt kommen wir in kompletter Spirits-Digitation. Was? Spirits-Digitation. Ja, wenn wir jetzt unsere Spirits vereinen und zum Master spielen. Na gut. Oh, ich habe übrigens Q gestartet aufs Flex. Oh Mann ey. Ja, dann spart ihr auf jeden Fall R-Q auf. Und dann wahrscheinlich am besten, sogar wenn er irgendwo hier steht oder sowas, versuchen, dass du hier stehst. Und dann so, vielleicht sogar Flash mit R-Q direkt und dann wird er wieder Counter-Flashen und können wir hinterher. Wenn ich meinen Flash in die Lane raushauen möchte. Soll ich mich da? Let's go. Let's go. Easy. 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 Ha! 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 Alter, das sollten wir öfter machen. Fang ihr mit ist ja easy. Jo! Ha! 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 Pass auf, kein Kopf. Gut schon, du musst den letzten Hit auf die Minute machen. Ah, danke schon, Taro. Pass auf, pass auf, pass auf, kein Kopf. Hast du dich zur Arzt rushen? Ich schon, oder? Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Zwei Carries. Okay, also go. Das sind die Map-Plays hier. Oh mein Gott, ich bin so tot. Das sind die Map-Plays hier. Oh mein Gott, ich bin so tot. Ja, Johnny, ich fiel einfach in den Zap. Help me. Hallo, ich sag doch was. Ah, sag ich doch. Du bist tot. Mann, Alter. Ich mach den gerade. Komm mal. No. Ich dachte, er hat einen Smite. Da kannst du übrigens die Pauke kommen. Das ist ein Dream Team hier. Pass auf, pass auf, pass auf. Ich glaube, ich will die wegpoken. Oh. Da kam der Kuckuck. Aber, aber. No way, dank. Egal, war gut. What? Was war das denn? Nötig. Ah, ich kann nicht flashen. Tass holt es auch raus. Heiß. 30 Sekundiger Schild für dich. Hör es ab. Ah, ich hab mit Egel noch bald. Oh. Get fucking destroyed. Nice. Alter, du wirst zum fucking Hypercarry jetzt. Hoffe ich. Hör es auf den Twitch. Ich beife dich einfach hoch. Yo. War zu früh. Ach, Mann. Der Twitch macht das. Verliebt das komplett alleine, ey. Ich meine das aber ernst, leider. Super. Mach dich nicht. Das war dein Rad. Ja. Da, 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 da. Oh. Oh, die überrennen uns einfach komplett, ey. Was ist das für ein Game, Alter? Gut, Game. Alter. Gott, Servo, Leute. Nice Meme.